ich hoffe es gibt irgendwann nachtsichtberg dass die lampe holen sollen genau wenn ich diese runde überlebt dann ja oder gut getroffen das im dunkeln jetzt habe ich ja auch wieder mein tolles gewehr dass ich gerne benutze ohne hoch oder weiter das ist ja ein schlatt gemacht das sei echt geil aus einem hund platt können drei kommen auf einmal nach vorne gestürmt genau weiter fragen ob wir ein problem haben dass ich mal sozial kompetenz wie es leuchtet ich habe auch das gefühl als wir den tag gespielt haben war es ja drei viermal hintereinander dass wir irgendwie nur ein gegner also immer einen endgegner bekommen haben vielleicht haben die das probleme gehabt und haben dann sag ich mal die endgegner runtergefahren um server zu entlasten oder so das war ja schon ein bisschen auffällig die richtung oder finde ich sehr gut das sieht sehr nah aus wieder einer warte mal hier gibt es ganz viel munition schmeiß mal kurz hier so ein ablenkungs ding weg damit ich mir was neues nehmen kann das ist dieses ablenkungs ding ich kann mir schon vorstellen also jetzt wo ich das auch so höre kann mir vorstellen dass wir das auch ganz oft gehört haben gedacht haben oh die verbannen da hinten die wem oder so ja das kann auch sein wo ist er jetzt habe ich dich getroffen oder gut dann habe ich doch den zombie getroffen da ist er weg er war auch die ganze zeit nur rum gehechelt oho dank noch eine wo muss hier noch eine mutti sein oder komisch ach da oben ist noch eine keine munitionskästen oder so bei dieser dunkelheit hier hier gibt es munitionskästen ja prima gibt es noch einen munitionskästen prima munitionskästen ist voll das das ändert sich schnell kommen hier rein hier kann man muss ja dann hat da so 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 hinweis kleine munition super okay dann mach' mal die spinne schon mal oh prima können wir da mal hingehen mhm Oh Gott, hier brennt's Mal gucken, ob wir wieder so ein Glück haben Dass wir da reingehen Und dann Liegen da wieder zwei tote Gegner Und die Spinne braucht nur einen Schuss Das wäre super Da bin ich dabei Ich denke mal eher, das wird nicht der Fall sein Ne, so oft kann man nicht Glück haben Pitching Crematorium Sehr geil Hier waren wir doch vorhin Oder? Ich weiß gar nicht Oh, hier ist noch Mini-Munition, falls du brauchst Ne Hier gibt's richtige Munition nochmal Oh, sehr gut Was hier runter geht Oh, hier oben ist einer Scheiße, er hat mich erschossen Ich hoffe, die Markierung kannst du noch sehen Ja Scheiße, ich hab ihn verfehlt Ach, schade Da hat mein Körper angezündet Drecksack Schnell holt die Feuerwehr Ja, sehr geil Ich freu mich ja immer wieder Arschgesicht Ich hoffe, das war der Einzige Ja, hat mich angezündet So ein Arsch, ey Das war wieder so ein Camping-Typ Naja Die hasse ich ja, ey Ich hab das früher mal gar nicht verstanden Wenn ich so Battlefield oder Call of Duty mir angeguckt habe Aber mittlerweile, ey Fühle ich das richtig, was die so sagen Gerade wenn du so immer Immer Leute hast, die von oben alle wegballern Muss ja schrecklich sein Ja, wo ist der Eingang zur Spinne, ey Hier Ah, super Hier gibt's auch Munition So, jetzt müssen wir nur noch die Scheiße Habe ich dich jetzt angezündet? Ne, ne Hat alles geklappt, also Okay Dann suchen wir mal die Spinne Hier gibt's so kleine Munitionen noch Hm Warte Ah, ist sie Okay Ja Oh Oh Ich hab Geschmissen Sehr gut, sehr gut Au Alter Das blöde Vieh hat mich schon wieder gebissen Ja, mich auch Komm her, ihr Pokerhont das Oh, sie hat sich selber angezündet Das ist ja gut Ist über dir da? Ne, hier Aua Habe ich mich unbedingt kriegen, ne Scheiße Ich hab mich echt gekillt, ey Blöde Vieh Ich bin die ganze Zeit so weggelaufen Dass ich immer so in Richtung Feuer gelaufen bin Aber Das ist echt gut drauf gewesen Achso, ich heb dich mal auf Nein Ah, hat geklappt Mist Ah Jetzt hast du mich schon wieder gebissen Grün bin ich Jetzt können wir erstmal ne Spritze setzen Los wird endlich rot Junge, Junge Die ist aber aggro Ja, die ist richtig gut drauf Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn macht, sich immer so viel zu bewegen Vielleicht hört ihr das dann noch mehr Oh, ich glaube, es ist mehr reingekommen Okay Du weißt du wo? Ne, es hat rot geleuchtet Äh Mal so komisch rot geblinkt Ich vermute Das ist schlecht Ich hab auch nicht mehr viel Munition Ich hab sie Wo ist, wo hat sich denn, wo ist sie denn gestorben? Das, was wir verbannt können Was ist das denn? Hör, die war doch Ist ja ein Ding Die ist doch vor mir gestorben Wo ist sie denn hin? Ah, ich, ne Hast du sie? Ne Hä? Ah, ich hab sie Ah, sehr gut Okay, das wird jetzt scheiße hier drinnen Hier ist doch Mini-Munition Oh, hast du geschossen? Ne Okay Okay, es wurde hier draußen geschossen Okay Ich hab Mini-Munition noch markiert für dich, ne? Ja, ich muss mal kurz hier abhauen Oh, scheiße Ich werde beschossen Oh Also von irgendwo da So, und das war meine Ja Ich hab auch noch eine sogar Ich hab mich hier mal in die Ecke Hier ist es schön dunkel Wenn er jetzt hier reinkommt, dann könnte es klappen Ah, ich war Ah, ist doch immer schwer, ey Da ist es wieder so blendend Ich sehe ihn gar nicht Ja, ich finde auch scheiße Ja, aber hier ist so eine Ecke Boah, das kommt her, du Schlumpf Okay, jetzt durch das Feuer kommen sie natürlich auch nicht so gut rein, ne? Das ist egal, das soll ja auch so sein Ja, ich meine, nur, wenn es jetzt nicht wäre, dann Ist auch nochmal kleine Munition Ich guck mal hier kurz raus Hm? Oh, schießt Anna auf dich? Nein Auf dich? Ne Was hat Anna geschossen auf jeden Fall? So, ich sitze jetzt hier ziemlich gut in der dunklen Ecke Wenn jetzt Anna von rechts reingelaufen kommt, könnte ich ihn sogar kriegen Wenn das natürlich aufgeht Na, wie sagt man bekanntlich, Geduld ist eine Tugend Das sage ich dir Okay So, ich habe mir schon mal ein Stück von der Spinne genommen War ich jetzt auch? Hier kommt er Ich habe ihn erschossen Oh, ist ja gut Oh, da ist aber noch einer, war? Oh ja Scheiße Wo ist er? Oh, verstecken hinter den Lappen ist schlecht Ich muss jetzt mal nochmal eine Spritze Pass auf, äh Hast du geworfen? Ja Ich habe auch einen getroffen Ich werfe auch, Vorsicht Scheiße Draußen sind auch welche Oh, das ist ja richtig nice Da müssen wir mal richtig kämpfen, ne Hast du noch Sicht? Ja, fünf Stück Ja, hier, hier muss einer sein Wir könnten auch versuchen rauszurennen Hier ist auch einer irgendwie Komm mal mit Ah, scheiße Ich habe es nicht geschafft Der hat auf mich geballert Genau, genau im Eingang Sehr gut, sehr gut Jetzt habe ich gar keine Munition mehr Oh, danke So Hier ist erst mal freie Sicht Aber hier kommen wir nicht wirklich raus Ich gucke mal hier kurz Jetzt ist noch eine Mini Munition Ja, die reicht mir leider nicht Okay Gut, ich renne mal vor und gucke was passiert Sieht noch gut aus Ich habe den jetzt auch gar nicht geplündert In meiner lauten Panik Ne, ich glaube das war aber auch In der Situation besser, ey Weil da waren ja so viele Der hat aber auch Glück gehabt Muss ich sagen Weil du hast ja auf ihn geschossen Dann hat er auf mich geschossen Äh Und als ich geschossen habe Die hat die Bornheim unheimlich verzogen So nach oben weg Ich glaube wenn du so hockst Und dann mit der Bornheim schießt Ist das ganz gut Ja Oder wenn jemand sehr, sehr nah ist Hm Stimmt So von unten nach oben Das geht auch noch ganz gut So Ich habe jetzt noch eine Sekunde Ich gucke gleich Jo Ich sehe niemanden da Oh nein, irgendwo ist eine Mutti, oder? Hm Die wird es mir auch gleich glaube ich richtig besorgen Oh Scheiße, ich wurde angeschossen Oh Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot Ich hoffe ich schaffe es Ja, sonst rette dich Ey, das ist ja Ich bin tot Oh Oh Äh Bo Vielen Dank.